Ja, Hallihallo, Sonntag, nee, 10.09. schon, 10.09.2023. Ich begrüße euch zur nächsten Programmvorschau und der liebe Jakob war heute mal wieder am Start. Das ist dann der zweite Teil von dem Hauptfindchen und im ersten wie gehabt. Könnt ihr dann wieder gerne schauen bei Bitschut, Odyssee, Rampel oder auch VK. Und dann vielleicht bis gleich. Macht's gut. Tschüss.